Superschönen guten Tag liebe Leute, da sind wir zu einer Runde Chaos Draft mit Christian. 6x10 Packs und da brauchst du jeweils eine Karte. Let's go. Das könnte ein bisschen dauern. Ich glaube ich kenne die Packs nicht so gut. Wir müssen dich per und sagen, was ich kenne die Packs nicht so gut. Du kannst du einen Katharik an. Ich glaube ich bin der Karte von Tag. Ich hab ich es Opera gemacht. Das geht wir mit mir. Ich bin der Karte. Ich bin der Karte. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Haha, mein Mimitizing Man-Eater-Bug, so, boom. Wow. Toll. Cannot be destroyed by the effects of Monsters. Der kann jetzt nicht mehr durch Dinosaurier-Effekte zerstört werden. Nein. Ja. Cool, ne? Ja, schon. Spielst du nur Monster oder was ist los mit dir? Nein, nein, ich spiel nicht nur Monster. Ach komm schon. Haha, da steht ein Melfi-Dreck dran. Äh, mag ich schon. Äh, ne, das ist Magicky. Meine Fresse. Ich bin nicht nur Monster, keine Sorge. Ah. Ja, verbann dich doch. Ja. Muss ich fast. Ja, so. Ja. Hilft nix. Tschüss. Gib mir meine Monster wieder. Wer geht's ab? Boom, Effekt. Was? Ja, ich werf die ab. Was macht der? Ich weiß nicht, ich hab einfach aktiviert. Was macht denn der? Kannst du ihn in die Hand nehmen? Ja, besser wird wohl nicht mehr. Oh nein. Was er hätte gekonnt, ist das Katz send von so viel zu der Graveyard, aus Special Summon from the Graveyard, ja. Ihr opponent draws one card, und if they do, you can add one Octo-Eltric Monster from your deck to your hand. Then each player sends one card from their hand to the Graveyard. Ach nee, if this card is in your Graveyard, du kannst send one card from your hand to the Graveyard, ja, okay. Das wäre einfach nur Elden gewesen. Was auch immer. Dann machen wir's halt mit dem hier. Mhm. Cool, ne? Hat mir nicht so viel gebracht, aber ist okay. Hab einfach nur meinen Bossmonster weggeschmissen. Oh, mach ich jetzt, Mann. Oh, 3050! Ja. Ja, Mann. Gut, dass ich den genommen habe. Ja, du kriegst eh keine Falle. Du kriegst eh nur einen Monster. Ich bin nicht versichert für ein Spiel. Das gibt's auch gar nicht, Mann. Was ist denn das? Ach, mein Pfeffer. Ich krieg dir auch noch dran, der auch geffektet. Ach, schön, danke für den ganzen Friedhofseffekt. Hm. Ah, das ist... Du siehst dich auch ohne Zauber an Feingarten. Brauch ich nicht! Mach jetzt das hier. Ich mach's das. Aha. Wupp. No. Lose Attack equal to half the Crypt Monsters Attack. Ha! Der kann nicht durch Kampf zerstört werden. Warum denn nicht? Weil es der Mimitizing Man-Eater-Buck ist. Ist das nervig? Ja, schon, ne? Hm. Okay. Was machst du jetzt? Okay. Ähm. Jetzt. Warte, ich weiß nicht, was ich machen kann. Du kriegst eben Monster. Ja, ja, ja. Das kriegst du gar nicht. Du spielst für den Kack. Oh, der will auch im Friedhof sein. Cool. Oh, nein. Oh, ich hab Verstärkung für die Armee drin, aber ich hab kein Target, weil ich dachte, die Karte ist Level 5, äh, Level 4 halt. Naja, ist okay. Was kannst denn du? Aha. Das bringt mir effektiv gar nichts. Cool. Perfekt. Dann spielen wir dich. Äh, kein Bock mehr. Tschüss. Ey. Ich mein, effektiv brauche ich sie nicht, also kann ich sie auch wegwerfen. Wieso spielst du sie denn? Naja, wie gesagt, weil ich dachte, ich kann sie spielen, aber ich kann sie gar nicht spielen. Mei, mei, mei. Oh, weg da. Ist ja schon gemein, ne? Ja. Jawohl. Äh, ich hätte doch einfach, ich hätte doch was anderes machen sollen. Aber egal, du hast ja eh die Falle. Hast du ein paar Zauberfeindkarten, wäre schon cool. Dann würdest du auch 20 Karten spielen. Jawohl. Würde ich langsam ein Decktob machen. So, das Spiel. Ach, du hast echt eine Falle gezogen? Oh, nein. Yeah. Äh, nach dem da mit. Was machten wir nochmal bei einer Falle? Plays von Festab-Catioporn-Kotos und Hopps zu Deck. Ey. Töne von jetzt. Was? Warte, was? Nein, warte, mir fehlt kein Panker-Tops geben. Äh, ist okay. Er hat nur Death. Ich glaube, es war ein guter Tausch. Mann, no. Warum sind die so nervig, diese Scheiß-Reptilien wie hier? Ist echt eine gute Frage, ne? So, was kannst du? Boom. Boom. Achso. Two more monsters on the field. Ja. Effect. Weg damit. Als ob du den schon wieder hast. Aber ich habe jetzt noch einen im Friedhof. Mann, no. Effect. Ja, ich... Was kannst du? Ja, die... Warrock. Okay. Ja, ich habe eine kleine Warrock-Engine. Problem damit. Nein. Wow. Ah, der hat 400 Def. Äh, 400 ATK nur. Ist schade. Okay, dann will ich. Bitte. Ach, du kriegst auch eins? Das ist ja schade. Das ist ja schade. Aber da war es da was vom Friedhof Spischen immerhin. Ist ja cool. Mann, no. Und ein Hütchenspieler. Mann, no. Dein Panker Tops ist ein Quick-Effekt, ne? Ja. Ja, dann müssen wir das ja zuerst machen. Stirb, Panker Tops. Oh nein, der hat einen Effekt. Ja, schade. Ja. Ich möchte nicht weiter angreifen, danke. Hoffentlich nicht. Weiß auch nicht, weiß auch nicht. Was kannst denn du? Äh, was? Was kommt der jetzt noch? Ich gucke gerade, ob der was Gutes kann. Nee, gar nichts Gutes. Okay, on face. Jawohl. Mann, ich frage mich, ob ich irgendwann das hier noch machen kann. Das wäre echt cool. Aber warum ist der denn für immer null, Mann? Was soll die Scheiße? Ich bin sehr froh, dass du ihn for free wiederbekommen hast. Du hast auch was for free wiederbekommen. Ja, das war ja auch mein Effekt. Oh, den habe ich nicht gespielt. Oh, den habe ich nicht genommen. Ja. Na ja. Weck da. Nein. Weck da. Mann, ich habe so eine coole Karte auf Warten. Ich würde sie so gerne einsetzen. Iberli. Nee. Natürlich ziehe ich jetzt das hier. Immerhin kann ich noch Sachen machen. Oh, diese Scheißviecher. Die kommen immer wieder. Und dann wieder. Und dann wieder. Ja, der hat nur 1,5. Ja, ist egal. Ja, die hat nur 400. Der hat 2,6. Ja, der hat seinen Effekt aber negiert. Gibt sich nichts. Aber er hat 2,6. Ja. Aber ich kann das hier machen. Kannst du das. Das ist zwar komplett minus, aber immerhin sterbe ich dann nicht. Nicht sterben klingt nach dem Plan. Ja, schon, ne? Mhm. Wenn der auf dem Monster zeigt, dann kannst du ihn nicht angreifen. Lol. Und wenn du jetzt keine Exis- oder Tributssachen machst, dann bin ich erstmal safe. Okay, okay. Ja, okay. Kannst Exis machen. Das ist natürlich ärgerlich. Yay. Aber war eine coole Idee. Ja, es hätte ja klappen können, ne? Ich habe eh nur Unicorn gehabt. Es ist ja ein Best of 3, ne? Also noch ist nichts vorbei, ja. Meine ganzen guten Sachen hast du ja noch gar nicht gesehen, ne? Das stimmt. Meine Warrock-Engine. Moment mal. Ich hatte sie die ganze Zeit auf der Hand, aber ich konnte nie ein Monster für eine Tributbeschwörung nutzen. Jo, ich spiele den Schädelmeister. Bäm. Warum hast du den drin? Ach so, wegen Exis. Ja, gut. Ja. Richtig erkannt. Seid deep. Jetzt gebe ich gleich eine Falle. Wie wäre es damit? Nee, lass mal. Ich spiele doch gar keine Fallen, weißt du doch. Oder ein Zauber wäre auch fein. Komm. Nein. Nein. Das da. Ah, mein, mein Avatar. Activate. Ekklesia. Effekt. Eine Karte, die du bestimmt noch nie gesehen hast. Oh, ich kann doch die nehmen. Das wäre vielleicht sogar besser. Oh nein. Nein. Das wäre blöd, wenn du die bekommen würdest. Das wäre cool gewesen. Ja, nee, das wäre ich nicht. Ach ja, ich darf die Runde keine extra-Lack-Beschwörung machen. Haha. Da war ja was. Endface. Ja, cool. Ach nee, wenn ich das aktiviere, dann haust du den einfach weg. Ja. Oh, meine ich hätte sogar ein Zähnen können. Oh, meine Bodenlose. Oh, meine Bodenlose. Meine Bodenlose Frechheld. Alien Buster. Das ist auch nur drin, weil er ein Beatstick ist. Ja. Das ist absolut korrekt. Ja, dann machen wir wenigstens den Alien Buster weg. Mhm. Was legen wir denn auf den Friedhof? Hat jemand von euch einen Friedhofseffekt? Das wäre jetzt... Ah, nö. Ich meine, ich kann ja mal lesen, ne. Kann ja sein, dass einer von den schönen Friedhofseffekten... der Friedhofseffekt hat. Was ist mit dir? Ich meine, ja, der hat einen Friedhofseffekt, aber den werde ich nicht einsetzen können. Aber er hat einen Effekt. Ja, haben wir dich weg. Jawoll, Zeitdiebmonster. Nur kein gutes. Was, der hat einen Effekt? Oh yeah. Achso, ich kicke einen Counter. Ja, war auch cool. Ja, der ist nicht schlimm. Die könnte mir tatsächlich helfen. Um mich aus dieser misslichen Lage zu... Hör auf damit! Nein. Nein, mein Warrock! Ich mach erstmal einen Prott. Wow. Erstmal ein guter Prott. Wow, cool. Wahnsinn. Der Scheißhuck, du Aktikdingere. Also ich will jetzt noch ein paar gute von denen, ne. Dann wär's echt klasse. Jetzt hör mal mit deinem dummen Schädelmeister. Das hab du dir immer als so. Das war echt riskant in den Armstegeben, aber es war... Das ist echt nervig. Echt nervig. Hier, so. Cool, das hat's vollgebracht. Mhm. Kann ich denn schon wieder keine... Achso, weil ich Punishment eingesetzt hab, kann ich immer nix vom Extra-Dex-Special. Dein Pot, ja. Ach, wegen dem Pot ist es. Ach ja, stimmt. Ach Gott. Dieser dumme Time-Thief, ne. Aber Punishment ist auch noch aktiv, also. Achja, es geht ja für zwei Runden, ne. Also bis ich wieder dran bin, ja. Ja. Also perfekt den Pot aktiviert. Ja, schon, doch. Ich geb mir ne Zauberkarte, komm schon. Das kann doch nicht so schwer sein. Boah, nee. Hau ihn jetzt einfach weg. Okay. Geht mir auf den Sack. Was kann der denn jetzt schon wieder? Was? Tschüss. Aber in der gute Effekt, was soll denn das? So. Wupp. Ech. Das ist so nervig einfach. Das ist so annoying in diesem Format hier. Ich will doch einfach nur meine fucking Warlock-Ente spielen. Das ist doch so schwer. Aber ich fülle deinen Friedhof die ganze Zeit. Ja, aber da kommt ja nichts Gutes rein. Wenn da mal was Gutes drin wären würde. Dann wär's ja toll. Aber ist ja nicht. Mein ganzes Deck passiert auf diese fucking Octoagic und Warlock-Kram. Mehr hab ich doch nicht. Und der alte Time-Thief macht alles kaputt. Ich kicke ja nicht mal zwei Monster aufs Feld für eine Link-Beschwörung oder so. Kannst du nicht mal meinen Octoagic untersuchen? Sounds like a new problem. Ja, ich mein, lass dir jetzt mal den Künstler-Zauber da gezogen. Oh no. Na ja, dann musst du erst mal wieder auf den Friedhof. Na, da liegt jetzt sicher wieder dieser Drecks-Scheiß-Käfer. Nee. Huh. Fakt. Thanks. Ey, immerhin krieg ich jetzt den mal auf die Hand. Und weg damit. Äh, ja. Der hat mir jetzt tatsächlich mal was gebracht. Nein. Sag das doch nicht. Ja doch, jetzt krieg ich mal Monster aufs Feld hier. Gib mir ne Falle jetzt. Ja, die hätte ich auch... Natürlich, zieh ich jetzt genau die Karte, die ich gleich hätte suchen wollen. Oh. Das ist so traurig. Falle, wuhu. Nein, ich meine Warlock Generations. Die hätten mir einen aus dem Deck-Special in können, Mann. Skull-Meister. Nein. Nee. Warte, wann kommt der nochmal vom Friedhof zurück? Wer denn? Ja, ich muss ein Monster tributieren dafür, genau. Viel Glück dabei. Krieg ich hin? Kriegst du das hin? Ja. Kommt noch. Stopp. Hör auf! Das ist so nervig, ne? Das ist jetzt noch was beschworen, hätte ich Time Vfuck gewählen können. Ja, du hättest noch die feine Karte von ihm, genau. Schade eigentlich. Oh Mann, ich hab doch nur das eine Stufe-Sex-Vorwalk-One-Satz zweimal. Ich will's doch einfach nur mal spielen. Und dann kann ich das mit allen meinen Karten supporten. In der Theorie. Das will ich nicht. So gemein. Und Time Vfuck ist eine gute Karte im Draft. Ja, die ist übertrieben gut. Ich hab sie wieder weggedrückt. Oh Leute, ich kann sie aktivieren. Das kann ich mir suchen. Sehen wir gleich. Oh, wow. Ah. Ja, okay. Ja, weg. Weg mit dem. Jetzt geb ich dir halt wieder einen Okto-Haktik im Friedhof, Mann. Ja, was bringt die? Nee, der kommt ja mit mir auch nur auf meine Hand. Jetzt hab ich verloren. Noch nicht. Achso. Ja doch. Hab ich schon. Ich will noch eine Runde. Ich will noch eine Runde. Nein. So first. So. Jetzt sag mal. Jetzt zeig ich dir, was ich kann. Im besten Fall. I'm ready to witness this. Gut. Let's go. Hier ist mein Magicky Sky Blaster. Ja, was, was? Ja, ist doch cool. Oder nicht? Ja, ist cool, ja. Ist der nicht cool? Und der hat es einen Fanker-Tops. So. Das hier hat sogar mehrere OR-Karten drin. Coole Entchen. Ja. Übertreib halt so. Übertreib halt. Wollt ihr nicht. Boah, schade. Still alive. Ich möchte wieder Lebenspunkte bekommen. Und jetzt kommt wieder dein dummer Time-Sleeve. Ich bin jetzt schon getötet. Damit du immer noch eine Karte tributieren kannst. Das heißt, ich kann wieder nicht auf meinen Warrock-Shit gehen. So traurig. Ja, Packer-Tops sind ein guter Karte. Geben wir eine Falle. Ach, die Scheiß-Melfi da wieder. Warum die auch immer drin ist. Weil sie Beatstick ist. 2-1-Deaf-Defense-Beatstick. Ja. Das bringt mir nichts. Das wäre cool gewesen. Aber jetzt bringt mir das nichts. Cool. Cool. Komm, gib mir eine Falle. Ich muss den Käfer loswerden. Nein. Mehr Vanillas. Mhm. Hm. Okay, warte mal. Was? Ja. Okay, wir machen das mal so hier. Amazement hat er auch dabei. Natürlich. Ah, jetzt kannst du die Karte-Position ändern. Hm. Das ist natürlich mies. Käfer braucht auch keiner. Nein, mein Käfer. Ach, komm. Nochmal. Okay. Er kriegt auch immer seinen Time-Steel hin. Ja. Jetzt ziehe ich die Feinkarte, die Warrock aus dem Deck splasht. Schild und ich ziehe beide Warrock-Monster. Alter. Ja, eine Falle. Oh mein Gott. Zeit. Für die Kriegsphase. Kannst kaum mehr warten. Ja. Ihr Auftritt war bombastisch, nicht wahr? Sehr gut. Ja, dann nehmen wir halt dich. Nein. Aha. Oh, ist das ätzend, ne? So ätzend. Ah, hier, ich gebe es auf. Mein Deck ist shit. Ich hätte wahrscheinlich auf die Vanillas verzichten sollen, aber auch dann wäre das Deck shit gewesen. Ich weiß es nicht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Schau, schau. Ja.